Die Bundespräsidentschaftswahl ist geschlagen, nach einem zum Teil sehr skurrilen, zum Teil etwas absurden, zum Teil manchmal sehr überraschend verstörenden Wahlkampf. Das wichtigste Ergebnis zuerst, es wird keinen zweiten Wahlgang und damit auch keinen zweiten Wahlkampf geben. Bundespräsident Alexander von der Bellen, der Amtsinhaber, hat diese Wahl eindeutig gewonnen. Während wir hier sprechen, bewegen sich die Hochrechnungen schon in Richtung 56 Prozent und mehr. Das ist ein klares Ergebnis. Es ist jetzt vielleicht nicht das beste Ergebnis, das ein Bundespräsident in seiner zweiten Amtszeit erzielt, aber dennoch muss man sagen, es ist ein achtbares Ergebnis, denn es gab noch nie so ein großes Bewerberfeld, es gab noch nie so viel Konkurrenz und es gab noch nie einen so ausgeprägten Anti-Establishment-Wahlkampf, der natürlich dem Amtsinhaber auch nicht gerade genützt hat. Auf dem zweiten Platz ist Walter Rosenkranz, der Kandidat der Freiheitlichen Partei, gelandet. Auch die FPÖ kann sich über ein recht achtbares Ergebnis freuen. Sie liegt klar auf dem zweiten Platz und hat aber natürlich das eigentliche Ziel, das sie hatte, nämlich eine Stichwahl zu provozieren, leider aus ihrer Sicht verpasst. Dennoch ist es ein Ergebnis, mit dem Parteichef Kickl zufrieden sein kann. Damit kann er weiterarbeiten und er weiß jetzt, er muss wahrscheinlich noch mehr auf Polarisierung setzen und in weiteren Wahlgängen noch mehr so tun, als würde er gegen ein System kämpfen und die schreckliche Regierung bekämpfen und alles, was sozusagen Mainstream ist, muss von der FPÖ noch klarer und radikaler bekämpft werden. Ich denke, dass das das Erkenntnis für Kickl sein wird. Was sehr erstaunlich ist, ist, dass da auf dem dritten Platz Dominik Vlasny gelandet ist. Er ist der Gründer der Bierpartei unter dem Musikernamen Marco Bogo, wo er ja in Wien schon einige Bezirksratsmandate errungen hat. Vlasny hat tatsächlich ein sehr achtbares Ergebnis erzählt, wenn man davon ausgeht, dass er natürlich eigentlich nur eine ganze Partie von jungen Leuten hinter sich hatte. Er war der Kandidat der Jungen. Die Jungen haben ihn vorrangig gewählt, sie fanden ihn frisch und anders und eben auch ein bisschen Anti-Establishment, nur nicht von der rechten Seite, sondern eine Art linke Alternative. Wir können davon ausgehen, dass Vlasny, auch wenn er es am Wahlabend noch offen gelassen hat, höchstwahrscheinlich auch bei kommenden Wahlen kandidieren wird. Es ist tatsächlich so, dass auch alle anderen, sein unmittelbarer Konkurrent Tassilo Valentin zum Beispiel, wahrscheinlich diese Bundespräsidentenwahl auch genützt haben, um einen Probelauf zu starten für weitere Wahlgänge. Es ist tatsächlich auch so, dass Tassilo Valentin vor allem bei älteren Wählerinnen und Wählern ein gutes Ergebnis erzielt hat. Er hatte die Kronenzeitung im Rücken, die ihn sehr unterstützt hat. Er ist ja Kolumnist gewesen, sehr lange für die Kronenzeitung. Er hat stark auf Themen wie Sicherheit und Anti-Ausländer-Kurs gesetzt und das kommt halt nun mal bei einigen Leuten im Lande sehr, sehr gut an. Und Gerald Groß mit seinem sehr provokanten, sehr auch schreierischen Wahlkampf, würde ich fast sagen, hat ein Ergebnis von rund sechs Prozent erzielt. Das ist für einen Autor und Blogger, der eigentlich primär Aufmerksamkeit für seine Machwerke, sei es jetzt seine Blogs oder auch seine Bücher erzielen wollte, durchaus auch zufrieden stelle. Nicht zufrieden sein kann die MFG. Die MFG hat mit Michael Brunner nur knapp zwei Prozent erzielt. Man muss sagen, wenn sich diese Herbstwelle, diese Corona-Herbstwelle schon ein bisschen früher als Thema manifestiert hätte, dann hätte wahrscheinlich die MFG ein größeres Wahlplus erzielt. Denn das ist das einzige Thema, das die MFG hat, nämlich die Anti-Corona-Maßnahmenpartei zu sein und auch gegen die Impfung aufzutreten. Ich glaube, sehr enttäuscht ist Heinrich Staudinger, der oberösterreichische Schuhfabrikant, der tatsächlich bei knapp ein Prozent zu liegen kam. Er hat die Mainstream-Medien dafür verantwortlich gemacht. Ich denke, es war auch ein bisschen sein etwas verhuscht angelegter Wahlkampf, der dazu geführt hat, dass er nicht ein besonders glänzendes Wahlergebnis erzählt hat. Was lernen wir für die nächsten Wahlgänge, für die nahe Zukunft? Welche Lehren ergeben sich für die Bundespolitik? Ich denke, vor allem die Lehre, dass dagegen zu sein ein massives Wahlmotiv geworden ist. Damit müssen sich die Parteien auseinandersetzen. Ich denke, was immer geschieht, um diese Krise, in der wir gerade stecken, Teuerungskrise, Energiekrise, Klimakrise, auch Corona-Krise, denn die ist noch lange nicht vorbei, was immer sie da tun, müssen sie besser erklären. Sie müssen um Aufmerksamkeit werben, sie müssen um Zustimmung werben, sie müssen wahrscheinlich auch mehr versuchen, die Menschen bei ihren Maßnahmen mitzunehmen. Denn sonst werden sich solche Parteien, die eben einfach dagegen sind, die gegen das System auftreten, zunehmend durchsetzen. Was das bedeutet, haben wir in diesem Wahlkampf gesehen, der zum Teil sehr schreiend war, sehr komisches Verständnis von Amtsführung eines Bundespräsidenten gezeigt hat. Durchaus autoritäre Züge haben manche Kandidaten aufgewiesen. Ich denke, das könnte ein Weckruf für die Demokratie sein.